So, Hallöchen und Popöchen zur neuen Folge Life is Strange, die vierte Episode Darkroom. Ich muss gerade überlegen, wie sie heißt. Wir sind jetzt hier bei Franks Wohnmobil angekommen und hoffen, den jetzt hier auch anzufinden. Okay, sind die vielleicht auch alle weg? Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, auf was ich eigentlich als nächstes achten sollte. Fußspuren im Sand, würde ich jetzt mal so sagen, dass das im Sand ist. Kann ich da unter den Wald? Those beached whales look so awful, but still so majestic. Ja, aber das ist echt übelst traurig, Mann. Okay, so kann ich den Wald dahinten nicht angehen. Ja, nee, da ist jetzt auch gerade belegt. Oh, poor little beach ball. Du bist doch mit jedem Mitleid, ne? Warum kann ich denn diesen Wald dahinten? Ach da, doch ein Foto. Habe ich denn wieder Fußspuren irgendwo bei Sehen? Hm, gucke ich gleich mal. Ja, da oben. Okay, dann müssen die Fußspuren... Warte mal, jetzt gehe ich nochmal zurück. Weiß ja nicht, aber eigentlich müssten die ja auch chronologisch dann sein. Nein, 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 ist okay. Ist okay, du willst nicht da lang gehen, alles klar. Aber hier ist nichts, ne? Oder seht ihr hier irgendwas? Ihr vielleicht, ich nicht. Hm, okay. Hm, nein. Ich kann es nicht entdecken. Wollen wir mal zum Fenster reinlucken? Lecker. Okay, und hier hinten? Ist auch nichts gewesen. Ist der Strandball? Ich gehe jetzt hier einfach nur langsam lang. Vielleicht sehe ich es doch nochmal irgendwie. Kann ich hier runter? Nein. Würde sich wahrscheinlich den Hals brechen. Ich muss mich andauernd räuspern immer, wenn ich in die Aufnahme gehe. Hey, Hauptsache ein schöner Garten. Ich muss doch hier irgendwo. Das wohnt mich jetzt. Ich meine, ich achte ja jetzt schon extra. Ja, ist ja gut. Aber ich achte schon extra darauf immer, dass ich die Fotos alle mache. Hier ist auch nichts, was wie eine Fußspur aussieht. Hier war doch gerade Müll. Ich könnte mir doch gerade den Müll angucken jetzt. Ja, nimmt da noch mit. Okay. Kann man hier zum Fenster reinschauen? Das tut mir sehr leid. Naja, er hat es ja nicht gegessen. Es liegt ja nur da rum, ne? Dann spreche ich mal mit der Chloe. Klopfen bitte. Die müssen so voll das nönige Gefühl haben und er ist da. Ich sehe gerade, der hat an seiner Kette ein Messer. Ja. Okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank. We're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you Hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Oh, die hatte ich schon. Ähm, du verstehst nicht. Das hast du schon. Es tut mir leid. Hilf uns oder sonst. Du verstehst es nicht. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man. I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you. Like you know more than I do. No, no, I'm not. I, I... Oh, Christ. I hate you, Blackwell. Shit. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby horse. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do, bitch. Get it? Set the fuck back now. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Was ist hier passiert? Nein. Oh, God. Oh, God. Ich muss die Zeit zurückspulen. Bitte. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, Scheiße. Ja, in der Realität ist das anders, ne? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Es ist... Es... Scheiße. Nein. Hallo? Ey, du kannst doch jetzt nicht die Leiche da begrabbeln. Ey, hallo. Oh, mein Gott. Leute. Nein. Nein, stopp. Ich will nicht abhauen. Spul die Scheiß. Zeit zurück, Alter. Aber ratzifatzi. Ich kann... Ich kann es nicht zurückmachen. Doch. Oh, Gott. Oh, ich dachte eben gerade, ich kann jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht diese Zeit zurückspulen. Okay, also wir wissen... Du verstehst es nicht. Ist nicht die Alternative. Aber wir haben doch immer noch den... Dings. Muss ich es jetzt... Können wir doch gehen. Äh, weg mit der Waffe. Ja, weg mit der Waffe. Natürlich. Schmeiß eine geladene Waffe auch einfach irgendwie weg. Warum auch nicht? Ja, gut, okay. Das kann ich ja vorspulen. Das kennen wir ja. Okay, was werde ich jetzt antworten? Tür schließen? Hä? Wieso Tür schließen? Kein Waffen kann schreien... Hä? Was hat er denn jetzt gefragt? Okay, jetzt sind wir... Wir möchten keinen Streit. Hm. Also du verstehst mich wann nicht unseren... Das hast du schon. Es tut mir leid. Okay, das geht auch schief. Ja, was willst du jetzt machen? Okay, ich habe das Gefühl, es läuft wieder in diese eine Richtung. Nur wie geht das jetzt aus? Ich habe ja keine Waffe mehr. Oh oh. Eindeutig. Ich würde mal für zurückspulen sein. Also das ist... So müssen wir es auch nicht regeln. Oh, dass wir immer so extrem weit zurückspulen müssen. Wenn sie so ein Zwischending mal geben würde, wäre das echt nice. Äh... Weg mit der Waffe. Mache ich trotzdem. Und versuche dann einfach, eine andere Auswahl mit ihm im Gespräch zu führen. Oder zu nehmen. Okay. Labarababa. Äh... Keine Waffen. Tür schließen. Ja, bitte. Du bist lieb. So kann er zumindest nicht gleich rausspringen. Sehr lieb von dir. Danke. Okay, jetzt kommt das wieder. Es tut mir leid. Listen Frank, I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I-I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well it always starts with just a little. Hmm. Chloe here knows all about that, don't you? Come on Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. What, you come in peace? After you aimed a fucking gun at me and then pull the trigger. Tja. Unser altes Versteck, du hast mir Angst gemacht, keine Kugeln, Chloe zu helfen. Du hast mir Angst gemacht? Ich versuche jetzt einfach mal so auf kleines Mädchen. Ich versuche jetzt einfach mal so auf kleines Mädchen. You held a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I could tell by the way you held that pop gun. With both hands, like it was a magnum. Or maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I-I only want to shoot with my camera. I swear. Ask Chloe. Look Frank, Max doesn't need a gun anyway. So are we cool? Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. Mmh, okay. Ähm, Pompidou, süß, gab dem Hund einen Knochen scharf gemacht. Gerettete Hunde. Wir reden über die gerettete Hunde. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like, like slaves. Ich glaube, so langsam wurschteln wir uns durch, dass wir doch zu ihm durchdringen irgendwie. Your dog is lucky, you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yeah. Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially you. Ich weiß überhaupt nichts über Rachel, aber okay. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, und ich konnte sie sogar nicht helfen. Du bist sehr über deine Hände. Warum nicht einfach in deinem Clubhaus spielen? Hm. Wir reden über das Armband, weil das haben wir ja offensichtlich gesehen, dass er das hat. Wenn ich jetzt sage, Rachels Brief, dann weiß er halt, dass wir bei ihm drin gewesen sind. So läuft's auch nicht gut, glaube ich. Du hast nicht viel Zeit, Frank. Rachel braucht dich. Es ist zu früh, sie ist weg. Du bist nicht even kennengelernt. Wie du hast? Ich liebte sie, Scheiße. Und sie liebte mich. Ich weiß nicht. Chloe, du wirst nicht wissen. Du bist ein Teil ihrer Problem. Du hast immer versucht, sie wegzunehmen. Du hast immer versucht, sie wegzunehmen. Du hast immer! Du wirst dich einfach sagen. Du wirst nicht immer sagen, was zu tun, was zu tun, was zu tun. Oh, nein! Hat der das Messer jetzt gerade im Bein? Ah, okay, das bringt dich aber nicht um. Okay. Alter, weißt du, ich habe ihm gerade ein Messer in... Oder beziehungsweise Chloe hatte gerade ein Messer in den Oberschenkel gerammt und er denkt... Hey, alles gut, ich brauche keinen Krankenwagen. Und hey, hier habt ihr den Code fürs Kontobuch. Alter, was läuft? Was ist da los? Leute! Ja, das Ding ist aber jetzt, also... Nee, ganz ehrlich. Äh, was? Kugel? Hä? Keine Kugel, du hast ein Messer da drin stecken. Ähm... Ich weiß einfach nicht, ob es noch optimaler laufen könnte als das. Deswegen nimmt es mir nicht übel, aber ich lasse das jetzt so. Also ich, äh... Dreh da jetzt nichts mehr dran, weil... Ja. Ich denke, das sollte so sein jetzt. Ich weiß einfach nicht, ob es noch... Also ob es jetzt ganz optimal ablaufen würde, dass er uns das einfach so gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir denn eigentlich irgendwas auf dem Handy gefunden? Haben wir das überhaupt schon durchsucht? Nein, ne? Hm. Ja. Das sagst du so einfach. Okay. Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte... Dankeschön. Okay, ich muss jetzt irgendwas zusammenfummeln. Was ist das? Das sind die Koordinaten. Wähle ich aus. Äh. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, was ich überhaupt machen soll. Okay. Ähm. Okay, also. Ähm. Was? Mittlere Maustaste, alles aufheben. Gut. Okay. Ähm. Ja, wir machen jetzt einfach mal Bilder. Alle Bilder nehmen wir jetzt mal. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ähm. Bilder von Nummernschildern oder von... Okay. Danke. Kein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Äh. Okay. Ähm. Dann wählen wir hier die Karte aus. Und die Koordinaten. Und... Hm. Ja, das sind alles Papiere. Hm. Ja, vielleicht dem Auto? Hm. Vielleicht diese Papiere und... ...diese Papiere und diese Bilder? Hm. Auch nicht. Jetzt haben wir hier ein Papier, hier ein Papierchen und hier ein Papierchen. Okay. Also. Dann nehmen wir die Koordinaten. Wir nehmen die Nummernschilder und Nathans Bilder. Mal gucken. Und das ist alles, was sie geschrieben hat. Bitte lass mich ein paar Karten über Nathan in hier finden. Ah, okay. Okay. Äh. Dann haben wir hier unsere, ne? Oder? Wir... Ach, Frank. Ähm. Wir nehmen... ...das Codebook. Wir nehmen... Wir nehmen... ...äh... ...pfff... ...das Papier. Okay. Dann nehmen wir das Papier. Oh, das Papier. Also das... Ja! Okay. Okay. Jep. Jetzt noch die von Nathan. Hm? Die SIM-Karte? Dann das Telefon? Äh. Seine Schülerakte wird mir wesentlich nicht dabei helfen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm. Keine Ahnung. Das? Nein. Nein. Vier Dinger? Okay. Dann... ...mache ich jetzt einfach mal... ...alle Papiere erstmal? Oder so? Ja. Ja, toll. Danke. Ähm. Warte mal. Ich nehme jetzt... ...bei den Flyer. Das. Das. Das Telefon. Fail. Abort. Wrong clues. Warte mal. Was hatte ich? Wenn ich nicht den Flyer nehme, sondern... ...das Papier? Ja, das macht sich auch. Entschuldigen Sie bitte. Ähm. Die Schülerakte... Hm. Also, vielleicht muss ich ja auch... Was ist das überhaupt? Vielleicht sollte ich es doch einfach mal lesen. Äh, sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, mitbedauernd informieren, wie sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Houders, ähm, ja, Houders, äh, Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akte. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Anlie... äh, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen. Okay. Bringt mich jetzt aber auch irgendwo nicht weiter. Ich guck mir das jetzt einfach mal an. Holy shit. Nathan ist seriously unhinged. Aber diese Nummern könnten sinnvoll sein. Okay, also das ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen, das können wir schon mal auswählen. Ja, gut. Dann nehmen wir das... Ups, nein. Hallo? Das sind Karte auf. Dann sehen wir uns das mal an. Ja, ich will das mal... Hm, was haben wir ja noch? Das ist die Vortex Club Party, wo Nathan drugged Kate. Hat er das gleiche Sache mit Rachel an einer anderen Party? Hm, gut. Das wird uns nicht weiterhelfen. Okay. Ja, okay, gut. Also dann nehmen wir das und dann das Handy. Und dann muss es klappen. Bingo! Oh, ich habe echt Angst, dass der da Warren was antut. So, ich gucke mal gerade eben. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, sprechen. Pistole. Na doch. Schauen wir uns mal. Wir haben ihn doch gar nicht ins Bein geschossen. Soll ich schon mit ihr reden? Nein. Laptop, nein. Okay, dann mache ich erst mal die Hinweise jetzt. Ich versuche ja... Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, warte mal. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Boxer, Stifler, Justin, Google, Chloe, Yorkshire, okay. Er sucht sich auf jeden Fall immer Tiernamen aus. Hm. Was? Bulldog. Ach, das ist Chloe, genau. Da hat er ihr was ausgeliehen. Hm. Ich habe ja nur drei. Das wählen wir schon mal aus. Und ich weiß, wir wählen... Ähm, ich würde gern das auswählen. Okay, nein, geht nicht. Ähm. Jetzt muss ich mal grad gucken. Wir suchen ja nach... Naja, nach Chloe nicht wirklich. Nach Rod. Rod. Wir brauchen Rod. Wo steht der denn drauf? Ähm, Boxer, bla bla bla. Auch Rod. Einmal hier ist er drauf. Das nehme ich jetzt einfach mal. Dann schaue ich mal, ob er hier drauf steht. Steht er nicht drauf? Steht er hier drauf? Nope. Steht er hier drauf? Ja, da steht er mehrere Male tatsächlich drauf. Nehmen wir das auf. Oh, yes. Yep. These are all the times and places for Frank and Nathans deals. That's it, Max. I can snap all these pieces together. Roger that. Okay. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Ja, das ist hier ziemliche Fummelei, ja? Chloe, was machst du da gerade? Great. Now, how do I find out which car is Nathans to match the coordinates? Das ist eine gute Frage. Of course, Nathan drives an SUV. Overcompensating. As usual. Okay. There is Nathan dealing to the kids right out in the open. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Ja, ich meine, verdient hätte er es. Hm. Who does this car belong to? Hm? Ja, ist das nicht dasselbe Auto wie das? Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Okay. Nein. Max, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mir das ansehen. Woher soll ich das wissen? Ich bin ja kein... Ich glaube, das nehme ich mir weg. Das ist definitiv Chloes Auto. Hm, ja. Ähm. Ähm. Puh. Warte mal. Ähm. TVN Park PKS. Äh, das war doch. Nein. Das nicht. Ja. Das ist Chloes Auto. Okay. Das ist es nicht gewesen. TPF, THLK, TPF, THLK. Ja, das ist das Auto. Das wollten wir ja auch nicht. Das müsste... Ach, hier sieht man es nicht drauf. Nathans Auto sein. Richtig. Yep. Dann nehmen wir das. Hm. Keine Ahnung. Ist das falsch? Weil da sieht man ja den Nathan ja drin. Das gehört aber kein... Ich will das Maus, aber... Ja, das ist... Ähm. Ja, aber das ist doch Nathans Auto. TVN... Ja. Und das... Da sitzt er drin. Oh! Warte mal. Warte mal. Jetzt, jetzt, jetzt... Ich gucke mir das nochmal an. Hier ist kein kaputtes Rücklicht. Habt ihr das gerade gesehen? Da oben... Warte mal. Wenn ich zeige euch das nochmal. Da oben, hier, ist Klebeband. Hat das was damit zu tun? Schau, hier ist Klebeband. Ich nehme jetzt einfach mal das. Hä? What? Okay. Warte mal. Hebe ich das auf und noch das oder was? Hä? Was will die denn von mir? Ah! Haha! Ich habe wahrscheinlich die falsche Koordinator ausgedacht. Oh, yes! Yay! 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 Yay!